Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer kleinen Runde Battlefield 4 auf der PS4 diesmal. Vielleicht haben es viele von euch mitbekommen, dass Sommerangebote, Summer Sales momentan im PSN sind. Und da sind ein paar Spiele drin, die schön um die Hälfte reduziert wurden. Also für 35 Euro kriegt man da jetzt Battlefield 4 und ich hatte ja immer gesagt, aha, ich würde es mir gerne mal holen für die PS4 wegen der Grafiken, auch wegen, da würde ich auch mal die großen Maps spielen und so weiter. Ähm, und deswegen hatte ich mir das schön günstig geholt und war gestern ein bisschen am Spielen und bin so grottenschlecht, weil ich es einfach jetzt wieder so lange nicht mehr gespielt habe, wegen Destiny. Ähm, aber ich muss sagen, es spielt sich so viel geiler als auf der PS3. Es läuft so flüssig und es ist wirklich so krass, es läuft so flüssig, dass man es einfach nicht gewohnt ist. Und, ähm, auch die ganzen Texturen, die in dem Fall für mich neu sind. Ähm, ist mega krass. Also wie viel ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Oh, es läuft. Also gestern hatte ich die beste KD meines Lebens. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe vier Leute gekillt. Ich bin den ganzen zehnmal draufgegangen. Also das war wirklich die schlechteste Runde meines ganzen Lebens. Scheiße. Ey, komm, hol den noch weg. So. Ähm, also es liegen halt viel mehr Sachen rum und es sieht einfach alles viel geiler aus. Ey, ich will hier nicht so rumcappen, aber hier kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute. Was soll ich denn machen? Der schöne Kim und Korn Fehler ist nicht mehr da. Was mega herrlich ist. Weil immer wenn man ganz schnell in ein Spiel reingegangen ist, man hat nur Kim und Korn. Ah. Ähm, dann hat das immer so komisch nachgeladen. Und es war total verpixelt. Man konnte nicht dadurch visieren. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, wirklich. Ähm, dem ist jetzt hier nicht mehr so. Ah, scheiße. Mist, ey. Ja, egal. Ja, okay. Ace. 52. Das ist so eine overpowerte Waffe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Video wollte ich einfach nur mal machen, um euch mal so zu zeigen, dass es wirklich an sich lohnt, äh, das nochmal zu holen. Oh Gott, der schlimmste Spawn. Ich muss hier weg. Weil jetzt spawnen manchmal schon welche hinter dir. Ja. Oder hinter der Kiste campt einer sehr gut, hinter links hinter der Kiste hat einer gecampt. Das ist hier der schlimmste Spawn. Wirklich der allerschlimmste. Weil der kann jetzt da bleiben. Und wenn ich jetzt einen neutralen Spawnpunkt wähle, kann es sein, dass ich einfach wieder... Na, okay, Glück gehabt. Dass man einfach wieder da oben spawnt und wir es gerade wieder weggeholt. Na, war ein netter Versuch auf jeden Fall. Oh, das Schlimme ist, also ich spiele auf einem anderen Account gerade, nicht auf meinem Hauptaccount. Den kann man wirklich übernehmen. Ging alles problemlos. Echt geil. Oh, liegt der genau in der Leiche auch drin, ne? What the fuck? Es lief so gut und jetzt kriege ich auch's Maul. Wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Fuck. Der kämpft ja echt immer noch. Ja, scheiße. Scheiß, oh, das meine ich, ey. Da läuft's einmal cool und dann passiert sowas. Da, ich bin echt überrascht, was alles so auf der Map... Oh, scheiße, ich wollte eigentlich woanders spawnen. Was da so rumliegt alles. Weil die meisten Gänge und alles sind einfach leer. Auf der PS3. Und hier liegt dann so voll viel Krams rum. Man ist das überhaupt gar nicht gewohnt. Ich hoffe, jetzt war keiner rechts und ich kann diese scheiß Wichser hier bekunden. Jawoll. Jawoll. Schöner Double Kill. Mein süßes kleines Medikit. Auch hier, das Teil, gibt's auch nicht. Auf der PS3-Version. Ich hoffe, der sieht mich jetzt. Ja, natürlich. Und schon wieder der. Es ist unfassbar. Aber es hat wirklich so... Es spielt sich so viel flüssiger. Ich kann das gar nicht erklären. Dass es dann echt erstmal total komisch ist, auch zu aimen. Also, ich hab so oft daneben nicht geschossen. Allein schon beim Aimen total daneben gehalten. Und das Problem ist natürlich auch, muss ich dazugeben, ihr habt's ja auch mitbekommen, ich hab so ultra viel Destiny gezockt. Lebt der noch? Oh, der lebt ja noch. Shit. Nein. Nein. Medikit. Rettet, rettet mich. Shit. Alter. Oh Gott, ich werde jetzt so sterben wahrscheinlich. Ja, wie kann der mich denn sehen? What? Ach komm, das ist ja lächerlich. Also, bei sowas könnte ich direkt wieder kotzen. Was ist das denn? Du kannst ihn nicht mal ansatzweise sehen und er kann dich einfach mal wegballern. Ah, die Spawnpoints sind alle recht scheiße. Ja, ey, das ist so dumm. Es guckt ein Millimeter. Ein Millimeter seines Kopfes nur raus. Nicht die Waffe gar nicht. Kann mich trotzdem einfach mal richtig schön wegholen. Ich hasse sowas. Leute, die sich hinter sowas verstecken, weil sie halt eben genau wissen, sie können da jetzt nicht getroffen werden, aber ich kann alle wegholen. Das ist lame. Jetzt holt mich wahrscheinlich gleich noch ein anderer weg, weil ich mich so aufrege jetzt schon wieder. Ich laufe hier wieder dumm alleine rum. Das Lustige ist aber wirklich auch... Oh, guck hier, das mal. Ich habe hier gesehen. Er spawnt einfach mal direkt vor mir. Und da ist noch einer. Wuh? Kommt der denn her? Ah, Leute, wartet mal kurz. Na, okay, ist ja jetzt eh rum. Sorry, musste kurz was erledigen. Ähm, ja, aber an sich kann ich wirklich nur sagen, es sieht halt nicht nur besser aus, es spielt sich auch an sich viel besser. Mit den Texturen finde ich lustig, was da alles so unterwegs ist. Gerade beim Flutgebiet, da gab es immer eine Stelle, wo man nie hochkam. Also das war das Grauen da hochzuklettern. Und auf der PS4 liegt da halt einfach nochmal so eine Waschmaschine rum, wo du viel leichter hochklettern kannst, um hochzukommen. Auf der PS3 gibt es das gar nicht. Okay, oh Gott, wenigstens Erster. 17,8. Äh, äh, gerade so eine 2,1er KD oder 2,2er. Ach, ich kann nicht rechnen. Ähm, mega schlecht. Also für meine Verhältnisse ist das mega schlecht. Man muss sich echt wieder einspielen. Aber an sich, wie gesagt, Summer Sales momentan, wer Battlefield schon immer mal haben wollte, jetzt eine PS4 hat, oder auch die Angebote sind natürlich auch bei der PS3 drin. Ähm, auf jeden Fall kann man jetzt zuschlagen. Also, für den Preis super. Wenn man sich das noch mit jemandem teilt oder so, bezahlt sie 17,50 dafür nur, äh, kann man nicht Nein sagen. Also, wie gesagt, Summer Sales guckt einfach auch mal selber. FIFA ist auch drin, Need for Speed Rivals ist drin. Was war denn noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Rugby-Spiel, glaube ich. Baseball? Ne, Basketball. Basketball war es, glaube ich, noch. Und die ganzen DLCs für Battlefield sind auch runtergesetzt. Also, kann man nochmal reingucken. Also, es war noch nie so günstig, jetzt nochmal umzusteigen auf PS4. Und ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video, ne? Ich zeige es nochmal ein bisschen weiter. Wer den Account mal ein bisschen hochspielen. Mal schauen, was so passiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann, Leute. Ciao. Ciao.